So hallo, wir machen weiter bei, oh ich habe OBS noch riesig, äh Fortnite. Und ihr habt die Karte, oh ich muss die Karte rausnehmen, gut dass ich es sehe, genau. Unser aktuelles Ziel ist die Charaktere voll zu bekommen und ich habe jetzt tatsächlich mal nachgelesen, es ist wirklich so, hier zum Beispiel an dem Ort taucht immer nur einer von dreien zufällig auf. Also wenn wir Pech haben, haben wir jetzt einfach in jeder Runde den roten Teddybär und können nicht weitermachen. Das gleiche ist bei The Jones, da taucht auch nur einer von den vier Charakteren immer zufällig auf. Und da fehlt uns glaube ich noch eine Person. Ne, ich glaube, oder? Na, ich glaube eine Person ist es noch, die da fehlt. Wo wir allerdings auf jeden Fall hin können, wäre ich hier oben. Da, da fehlt uns noch auch ein neuer jemand, das können wir also auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir starten schon hier, um gleich zu gucken, ob wir Glück haben. Und dann wissen wir jetzt allerdings, wo alle Charaktere sind, die uns fehlen. Und damit müssen wir nicht mehr suchen, sondern einfach nur Glück haben, die irgendwann mal zu erwischen. Genau. Ansonsten habe ich auch mal gerade geguckt, die aktuell täglichen Aufträge, falls wir die erfolgen, mitmachen wollen, ist zum Beispiel mit einem Sägeblatt Gebäude zerstören. Also einfach, wenn ich ein Sägeblatt finde, schieße ich einfach in der Gegend rum und habe den täglichen Auftrag. Mit einer Pistole muss man jemanden umlegen und ja, was war das andere? Ach ja, mit Eismaschinen öffnen. Also ja, passt schon. So, jetzt starten wir gleich hier und gucken, ob wer da drüben ist. In der Hoffnung, dass es jemand ist, den wir benötigen. Entweder Ente oder Schwarzer Bär. Beide wären super. Roter Bär wäre schlecht. Roter Bär wäre nicht so toll. Ja, Ente! Sehr gut, hatten wir noch nicht. Irgendwie ist diese Box da oben verpackt, da ist nie was drin. Wir haben bisher nur eine kleine Waffe, das ist natürlich nicht so. Jetzt wird es schon ein bisschen besser. Die Truhe ist wieder hier. Ja, jawohl, jetzt wird es schon ein bisschen besser. Oh. Kommt die Person rein oder läuft die nur außen rum? Alter, was? Dieses Haus ist voller leerer Dinger immer. Ich verstehe das nicht. Oder zündet es einfach die Items woanders hin, sodass die auf dem Dach... Jetzt sind die... Wait. Da waren ja vorhin Sachen auf dem Dach, ne? Kann es sein, dass die einfach hier auch auf dem Dach landen, die Sachen? Nee. Okay, aber wir gehen mal hier rein. Ich hätte mir denken, dass hier die Kiste... Oh, eine blaue. Sogar eine blaue. Oh, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Nur geiles Zeug. Und dazu haben wir richtig schön Munition. Finde ich gut. Dann ersetzen wir den Kollegen noch. Sehr, sehr gut. Okay, wir müssen eh hier rüber. Da würde ich gerne hin. Schaffen wir. Wir haben ja auch ein schönes Auto rumstehen. Wie viel Treibstoff hattet der? 30. Üh. Schwierig. Haben wir einen Benzinkanister zufällig? Ist hier im Haus ein Benzinkanister? Ich sehe leider keinen Benzinkanister. Das ist ärgerlich. Dann müssen wir tanken fahren. Aber da oben war doch, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war doch hier so eine kleine Tankstelle. Hier nämlich. Genau. Oh, abgesehen davon wird das schon mal eine Eismaschine, die wir öffnen sollen. Scheiße. Das war jetzt ganz schlecht. Ich weiß nicht, wo die ist, ne? Die Person. Komm, wir hauen ab. Das gefällt mir gar nicht. Bullshit. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt habe ich halt alles verloren. Schildtechnisch und energietechnisch. Aber gut. Es könnte schlimmer sein. Wir könnten auch tot sein. Na? Trotzdem eine richtige Scheiße, die wir hier fabriziert haben. Ich will mich doch nur heilen. Ich hätte erst, ich hätte erst, ich scheiße, ich hätte erst das machen sollen. Weil das halt mich jetzt nicht... Ah, das war blöd. Das war die falsche Reihenfolge. Das war leider die völlig falsche Reihenfolge. Aber gut. Aber wir kriegen unser Schild sogar wieder hoch. Puh, da wollte es jemand aber richtig wissen, ne? So, jetzt haben wir das Problem, nur dass wir... Na, wir sind noch viel zu weit weg von der anderen Person. Dann schaffen wir das jetzt halt leider nicht mehr. Aber es gibt Schlimmeres. Wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Munition erst mal. Alter. Okay, das ist auch sehr gut. Gut. Das ist nicht gut. Okay, wir müssen das Auto hier nehmen. Und der Hoffnung, dass es voll getankt ist. Und wir damit weit genug kommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir kommen aus der Zone wieder raus. Puh. Ey, das hätte böse ausgehen können. Ah, scheiße. Dann müssen wir halt querfällt ein. Oh, shit. Aber alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir fahren einfach am Rande der Zone entlang. Alles gut. Alles easy. Wir haben es unfassbarerweise geschafft, ne? Sick. Ach, das gibt es doch nicht. Deinen Erfolg konntest du nicht allzu lange feiern. Weil ich mit gespielt habe. Scheiße. Wo ist denn die Person, die jetzt auf mich geschossen hat gerade? Wer wollte es denn da wissen gerade? Weg, ne? Oh, wie schnell man sein Schild verliert, wenn man nicht aufpasst. Ne, da ist jemand einfach da abgehauen scheinbar. Wow. Da fährt er einfach weg. Na gut. Egal. Bevor wir jetzt noch mehr Zeit verschwenden, fahren wir lieber einmal schnell zu Jones. Oh, wir müssen da eh hin. Okay, sehr gut. Fahren wir einmal schnell zu Jones. Das wollte ich sagen. Aber wenn wir da eh hin müssen, dann ist ja alles cool. Das ist schon ein relativ cooles Auto, ne? Oh. So. Wen haben wir denn heute jetzt zum Quatschen hier? Wieder der gleiche? So, ob noch jemand... Ja, da ist jemand. Okay, da ist jemand. Das könnte der gleiche sein, weil es ist die gleiche Stelle auch. Äh, wo ist er denn? Da. Ja, das ist leider Ludwig. Schade. Das ist sehr ärgerlich. Das ist leider, leider sehr ärgerlich. Weil sich dann damit jetzt alles mit dem Quatschen erledigt hat, schon wieder. Na gut. Die Ender haben wir dazu bekommen, ne? Ja. Oh lol, hier ist Darth Vader gelandet. Auch interessant. Probier mal was. Ich dachte, vielleicht bringe ich die zum Anzünden, aber, ne. Ne, nicht so wirklich. Reicht wahrscheinlich von der Reichweite her nicht. Na gut. Dann kümmern wir uns halt um was anderes. Zum Beispiel die... Äh... Ist die im Baum gelandet? Ach ne, hier landet die gleich. Die ist im Baum gelandet, willst du mich verarschen? Oh ja, nice. Oh shit. Shit, das ist nicht die Waffe, mit der ich kämpfen wollte. Das ist die Waffe, mit der ich kämpfen wollte, aber jetzt bin ich gleich tot. Scheiße. Aber wir haben auf die Schnelle... Ich glaube, habe ich die... Habe ich die 20 Stück mit der Säge noch erwischt? Ich habe es nicht gesehen. Aber ist es bis 20 hochgegangen, der Zähler? Ja. Ja. Es ist bis 20 hochgegangen. Sehr gut. Ja, das ist doch ein gutes, versöhnliches Ende für diese Runde. Einen täglichen Auftrag mitgenommen. Und die Ente erwischt. Okay. Nächste Runde. So. Da geht es auch schon weiter. Ähm... Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir machen die Person da hinten gleich mal. Wir machen die Person hier hinten gleich mal, die mir auf jeden Fall noch fehlt. So. Das ist, denke ich, mal ein guter Start. Dann arbeiten wir uns vielleicht nach vorne, nach Joneses. Und dann vielleicht noch hier rüber, wenn es die Zone erlaubt. Machen wir es mal so. Hier waren wir bisher ganz selten in der Ecke. Deswegen habe ich die Person da halt auch noch nicht. Das ergibt schon Sinn. Das ergibt schon Sinn. Hier sind auch diese anderen Ruinen. Genau. Ja. Nein, nee. Das ist nicht, was ich mit der ich quatschen will. Da drüben ist die Person mit der ich quatschen will. Da müsst ihr jetzt gleich nochmal denken. Genau, das ist die Sprechblase, die ich suche. Ja, du bist es. Ich komme da gleich mal zu dir. Hi. Genau. Sehr gut. Ich wette, das ist wieder so ein Tresor. Ja, natürlich. Da komme ich also nicht rein. Ist in Ordnung. Gut, dann hauen wir hier eigentlich auch gleich wieder ab, ne? Gibt jetzt nichts viel zu erledigen, so wirklich. Können aus Spaß noch den Kollegen hier mitnehmen. Aber viel gibt es hier nicht mehr zu tun. Ich muss gleich niesen. Entschuldigung. Nochmal. Was haben wir hier noch? Oh. Eine gute Waffe. Okay. Ja, solange wir Munition natürlich bekommen, ist das natürlich cool. Die nehme ich gerne noch mit. Und noch eine Truhe. Ja, wohl. Auch die nehmen wir sehr gerne noch mit. Gott. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, das ist natürlich optimal. Okay. Vielleicht schaffen wir es jetzt schnell genug, nach Joneses runterzukommen. Allerdings habe ich so ein bisschen Bedenken, weil ich hier nicht wegkomme so schnell. Hier ist ja kein Auto und nix. Schwierig. Sehr schwierig. Das Vorhaben in die Tat umzusetzen, muss ich gestehen. Uh. Hier ist zwar kein Auto. Aber der Kollege ist hier natürlich. Damit können wir auch mal unser Glück versuchen. Das ist krass. Ah, schade. Okay. Wir könnten es sogar schaffen, bis da noch bis zu Jones zu kommen, so auf die Art und Weise. Oh. Ich komme nicht da hoch. Was ist denn jetzt los? Ach, komm schon. Du Feigling. Das darf ja wirklich wahr sein. Oh shit, das war ungünstig. Landet die jetzt hier zumindest wieder irgendwo? Die ist praktisch weg, ne? Na gut. Sehr schade. Jetzt kann es knapp werden mit Joneses. Ah, schade. Aber ist nicht mehr weit. Nice. Ja, wir kommen sogar hin. Krass. Hätte ich jetzt ja nicht mitgerechnet. So. Wo ist mein Gesprächspartner? Wieder da oben. Das könnte wieder... Nein. Ich will nichts von dir. Überruf. Das ist wieder der gleiche, na? Wenn es der gleiche Ort ist, wird es auch wieder die gleiche Person sein. Ach, komm schon, Ludwig. Warum denn immer du? Wupptala. Ich wollte nicht schießen. Oh, scheiße. Nein. Ich wollte nicht schießen. Nein. Ich will den scheiß Ding auswählen. Warte mal, man kann sich damit so krass fortbewegen, wenn man das hinkriegt, ne? Yo. Alter, das war übel. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich damit so gut fortbewegen kann. Wirklich nicht. Crazy. So, wenn ich schnell genug bin, kriege ich noch so ein paar Bären hin. Wenn ich Pech habe, werde ich gleich überfahren. Äh, lol. Lol. Das geht? Ich bin einfach mit eingestiegen. Wie witzig ist das denn? So, dein Auto hat sich jetzt verabschiedet, mein Freund. Zumindest gleich. Okay. Ja, hau ab. Ist in Ordnung. Wir hatten leider schon das Vergnügen, aber so hat es mir was Gutes gegeben. Insofern natürlich auch ein nettes Gespräch. Yay, Levelaufstieg. Wir arbeiten uns voran. Wir werden es leider nicht schaffen, bei Part 100 Level 100 zu sein, aber... Aber knapp. Knapp, würde ich sagen. Okay. Ah, jetzt sitzt natürlich nichts mehr mit da hinten. Die Frage ist, schaffen wir es noch schnell genug hin? Treibstoff 42. Let's go. Klappe. Ah, nee, schaffen wir nicht. Ich bin blöd. Da muss ich ja erst noch den kompletten Tilted Towers Abschnitt durchfahren. Nee, das wird nix. Das wird nix. Na gut. Schade. Dann kommen wir schon wieder nicht mit unseren Charakteren weiter. Aber wir wissen jetzt, wo sie sind. So. Ich muss immer mal wieder dort vorbeischauen. Und mit Glück geht es dann dort weiter. Hoppala. Ich glaube, ich werde mich jetzt trotzdem, wenn ich meine Energie so behalten kann, werde ich mich trotzdem einmal kurz einfach in die Zone begeben und schauen, wer dort wäre. Weil falls es die Person ist, die ich noch suche, der schwarze Bär fehlt noch. Falls es der schwarze Bär ist, dann ist mir das egal. Dann quatsche ich den einfach kurz an und gehe wieder gleich raus. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Wir sind gleich da. Wir müssen nur kurz gucken, wer da ist. Oh mein Gott, das ist die richtige Person. Ei. Optimal. Weg da. War das nicht die richtige Person? Warum krieg ich den nicht angezeigt? Vielleicht war es doch nicht die richtige Person. Wahrscheinlich hat es jetzt einfach durch den Farbfilter so gewirkt, wie wenn es die richtige Person wäre. Und es war doch der rote Bär am Ende. Naja. Dann habe ich wohl Pech gehabt. Jo, tschüss, ne? So kann man auch sein Auto entsorgen. Falls ihr es noch nicht wusstet. Alter. Gehen wir nicht auf den Keks. Geht es nicht so wirklich viel hier zu tun aktuell, ne? Können wir mal darüber noch ein bisschen ausrüsten. Ja, komm, das machen wir mal. Oder wir könnten auch ein bisschen angeln. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen angeln. Na, den anderen wollte ich. Genau den. Nein, hoch. Das ist ja schön. Finden wir hier denn was zum Angeln. Aber es hat ja nur grüne Waffen auch. Ist nicht so, ob die Angeln... Oh, scheiße. Ähm. Schwierig. Habt ihr das nicht gesehen, dass ich... Nein! Dass ich wieder weiter muss. Okay. Die Runde vergessen wir ganz schnell und gehen einfach direkt weiter. In welcher Partnummer sind wir eigentlich gerade? Warte mal. Ich habe jetzt von einem Part aufgenommen. Wir sind Part 99, ne? Wir sind Part 99. Sick. Das heißt, der nächste ist ja schon 100. Ja, also schaffen wir es wirklich nicht mit Level 100 an. Part 100. Schade. Hätten mich gefreut, das zu schaffen. Aber naja. So, wir sehen uns gleich wieder. So. Ja, dann können wir doch direkt hier starten. Da haben wir doch direkt unser Bärchen. Mit Glück haben wir hier direkt unser Bärchen. Also, schwarzes Bärchen gut. Rotes Bärchen schlecht. Und ich könnte mir denken, wenn die Person da drin ist, vielleicht ist es die Ente. Weil das war vorhin auch, da war die Person drin und es war die Ente. Aber wir werden es gleich wissen. Gleich wissen wir mehr. Es ist die Ente. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. So, ist die Truhe wieder oben. Uh. Okay, aber diesmal gibt es hier zumindest ordentlichen Stuff. Diesmal gibt es hier zumindest ordentlichen Stuff. Ja, okay. Okay, die Truhe hier oben scheint immer da zu sein. Okay, wir können schon mal ein Schild machen. Sehr gut. Zack. Zack. Dann machen wir es so. Vielleicht noch ein bisschen Munition finden. Also, ich bin echt verwirrt, was dieses in diesem Haus werden manche sagen, also manchmal, also, na, ihr wisst, was ich meine. Ah, das ist jetzt wieder oben. Okay, Pumpgun. Da setzen wir mal hier mit. Gott. Okay. Jetzt ist die Frage. Ja, also, ne, Joneses müssten wir halt ausprobieren. Das wäre halt das Einzige wegen Figur. Ja. Das wäre das, was ich gerne testen würde. Ansonsten, wir können mal hier wieder so ein Ding annehmen. Vielleicht schaffen wir ja mal zur Abwechslung was. Wäre doch was. Ich würde mir freuen. Diesmal ist hier kein Auto zum Wegfahren. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, gut, das hat sich dann auch schon erledigt, ne? So schnell geht's mit dem Kopf, gell? Oh Gott, hier ist eine... Was ist denn hier los? Ich will... Ich wollte nicht schießen, sorry. Ich wollte nicht schießen. Ja, danke. Ich wollte nur gucken, was da drin ist. Alter. Alter. Was ist denn das für eine Waffe? Aufladbare Maschinenkontrolle? Ne, brauche ich nicht abflücken. So, wir hauen ab. Was war denn da für eine Wolf-Ansammlung, sage mal? Ei, 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 ei. Wahnsinn. So, schön Munition sammeln. Aber wir könnten eigentlich eine Runde angeln. Weil es ist hier nur normale Angeln, ne? Sind die immer noch hier, die Wölfen? Ach, komm schon. Ja, bleib am Schiff hängen, ist in Ordnung. Kann ich jetzt in Ruhe angeln, ja? Nein. Ja, dann sorry. Dann tut mir das leid. Oh, das hat jetzt eine neue Fischart, oder? Wo ist er denn hin? Hä? Ah, ich hab ihn in der Hand. Ups. Jawohl, erster Fang. Sehr gut. Immerhin eine neue Fischart. Obala. Aber da weiß ich halt auch nicht, ob es die Fischart nur an verschiedenen Orten gibt, oder ob das einfach Zufall ist, wo man was bekommt. So, keine Ahnung. Ja, den hat man halt schon drei Millionen Mal, ne? Den orangenen Zappler. Der hat man auch schon drei Millionen Mal. Jetzt ist er weg. Ja, lol. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche, kommt natürlich eine Waffe. Okay. Na komm, gehen wir mal Richtung Joneses. Immerhin ein neuer Fisch ist dazu gekommen. Da werden einige Teich, aber jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich die Angeln immer mit dabei. Schild ist voll und so weiter. Ich meine, was wollen wir mehr? Aber da merkt man mal, wie groß diese Map ist, ne? Weil man schon ordentlich braucht, bis man von einem zum anderen Ort gekommen ist. Ist schon ein ganzes Stück. Ist schon viel zu sehen hier. Ich will eigentlich da rein. Danke. Hallo. Ist man zu Hause? Nein. Okay. Ach, komm schon. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn mein Tier in Ruhe? Ich finde es so witzig, dass Kopfschüsse bei Tieren einfach als Kopfschüsse zählen. Entschuldigung. Okay. Bevor du noch mehr angeknabbert wirst, wechsle ich mal zum Auto. Gut. Ups, das war jetzt nicht ganz, was ich wollte. Sorry. Ja, tut mir leid. War keine Absicht. Ähm. 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 Ich komm noch nicht raus jetzt, oder wie. Ist das mein Ernst? Komme ich jetzt? Oh mein Gott, es ist fast kaputt. Es ist einfach schon fast kaputt. Na, das habe ich ja super hingekriegt. Nein, wir kommen immerhin zum neuen Auto. Okay, Lama holen wir uns. Okay, Lama holen wir uns. Hey, wo ist es? Hey, wo ist es? Hä? Ach, da. Wo ist es? Hä? Jetzt ist es aber wirklich weg, oder wie? Ich bin verwirrt. Wie viel kann ich stacken? Drei mindestens. Wo ist das Lama? Das war doch noch nicht tot. Und? Das hätte mir doch angezeigt, wenn es tot wäre. Ah, keine Ahnung. Weg ist es. Oh, guck mal, was hier schon wieder gelandet. Wo? Wer? Wann? Okay. Da unten? Vom Dach, ne? Ja. 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 Nice try. Aber nicht mit mir. Okay, schnell noch bessere Waffe mitnehmen. Und dann zum Auto zurück. Oh shit. Oh shit, ich wollte doch das Ding noch mitnehmen. Egal. Raus, bevor wir noch mehr Energie verlieren. Oh nein, jetzt komme ich aber nicht mehr zu Trollen. Ah, scheiße. Na, großartig. So, hier müsste ich safe sein. Naja, fast. So. Ah shit, ich habe nichts zum Heilen. Ich brauche ganz dringend was zum Heilen. Fuck. Wenn es nur ein Lagerfeuer ist. Genau, 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 genau. Genau sowas hier. Zack. Let's go. Und wohin geht's dann weiter? Okay. Der Vogel. Der Vogel. Der Vogel löst einfach den Stein aus. Ist okay, Vogel. Kann man mal machen. Okay, wir sind wieder ein bisschen geheilter. Dann kann ich jetzt wieder zurück zum Auto und wir fahren weiter. Oh, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Iiiiih. Nein. Nein, schlecht, schlecht, schlecht. Fahr. Okay. Huh. Weil ich glaube, ohne das Auto würde das hier ziemlich schief gehen. Warte, wieso schießt denn der jetzt auf mich? Ach, weil ich dem in der Stadt was getan habe, ne? Oh mein Gott. Und es war ja nicht mal Absicht. Du schaffst das Auto. Okay. Oh, du hast es geschafft. Okay, also alle Wachen sind jetzt sauer auf mich. Das ist natürlich nicht so gut. Aber gut zu wissen. Okay, raus hier. Nur noch sechs Leute übrig übrigens. Okay. Oh, wir sind noch gar nicht mal richtig hier drin. In der Zone. Oh, das Haus ist in der Zone. Scheiße. Scheiße. Kritisch, 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 alles hier. Alles hier kritisch. So, finden wir hier Möglichkeiten schnell zum Heilen. Mein Lange kann ich hier nicht bleiben. Aber es sind nur noch drei Leute. Es sind nur noch drei Leute. Oh mein Gott. Es sind nur noch drei Leute. Wie krank ist das denn? Okay. Machen wir mal so. Und dann ist noch eine da unten. Okay. Ach, hier drin. Leider wieder nichts zum Heilen. Okay, dann muss ich mich auf mein Glück verlassen. Ich schaffe das noch schnell. Na ja, ist ja besser als nix. Da wird schon geschossen. Wenn die sich jetzt gegenseitig bekämpfen, könnte ich die Runde gewinnen. Lul. Schade. Nein, 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 nein. Ich muss, ich muss. Ah. So close. So close. Okay. Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Aber schön, 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 schön. Verdient gewonnen, würde ich mal sagen. Okay. Zurück zur Lobby. Und dann war es das. Nächster Part ist Part 100. Wo nichts Spezielles passieren wird. Das ist halt einfach Part 100. Ach ja. Ja. Leider, leider klappt es nicht mit Part 100 und Level 100. Das war eigentlich so ein bisschen mein Gedanke. Aber naja, hat nicht funktioniert. Dauert dann doch hinten raus ein bisschen länger. Das Leveln. Ist ja auch in Ordnung. Oh, 80 ist noch. Aber es gibt nur 14k dafür. Also das ist jetzt nichts, was man unbedingt, unbedingt bräuchte. Ich meine, wenn es jetzt in der, ich keine Ahnung wie viel Zeit für das ganze Zeug ist. Wenn es in der Zeit noch passiert. Äh, 5 Tage. Nee. In 5 Tagen mache ich keine 80 Kills, glaube ich nicht. Dann wäre es okay gewesen, aber... Ja, passt schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. 15 Level noch. Und dann ist es, wenn du mit dem, 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 du mit dem. Vielen Dank.